Musik Relativ kurzfristig, innerhalb einer Woche, haben wir uns zu einer Motorradreise nach Schottland entschieden. Hintergrund war, dass die Wetter-App mir gutes Wetter für das Land signalisierte. Jedoch entsprach die Tatsache einer anderen Wahrnehmung, aber wie heisst es im Leben, es hätte schlimmer kommen können. Wir starteten bei leichtem Regen. Dieser hat sich aber dann nach ca. 100 km komplett verabschiedet, sodass es anschließend nur noch etwas kalt war. Aber damit haben wir gerechnet und uns entsprechend angezogen. Wir waren froh, als wir die 720 km nach Seebrücke überstanden hatten und es uns auf dem Schiff gemütlich machen konnten. Bei der Ankunft in Hall scheint die Sonne. Und trotz 11 Grad Außentemperatur kam es uns nach T-Shirt-Wetter vor. Jetzt kam die weitere Hürde über 400 km nach Glasgow und mit einigen Staus auf der Strecke. In Glasgow angekommen, haben wir uns frisch gemacht und gingen zu Fuß und Tour. um die Altstadt zu erkunden. Abends dann leckeren Fisch und ein Bierchen, so kann es dann weitergehen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Heute haben wir die erste Nacht in Ovan gebucht. Ein netter kleiner Ort, welcher durch den Whisky erheblich bekannt wurde. Auf der Strecke dorthin gibt es natürlich schon einiges zu sehen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Musik Hier kaufen wir dann mal Whisky ein. Wer weiß, ob es noch mal die Gelegenheit dazu gibt. Klar, das war ein Späßchen. Aber der Ladeninhaber war sehr freundlich und verschickt die Ware preiswert nach Deutschland. Die Kosten betragen zum Beispiel für 6 Flaschen 12 Pfund. Und in Anbetracht der geringen Lademöglichkeit auf dem Motorrad nutzen wir das Angebot. Auch sonst ist Invaray ein schnuckeliges Dörfern. Also ein Halt lohnt sich und auch die Besichtigung des nahegelegenen Schlosses. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In O-Bahn angekommen steht die weitere Erkundung der Stadt zu Fuß auf dem Programm. Natürlich haben wir jetzt Hunger und suchen uns eine Gaststätte, um unsere Mägen zu beruhigen. Auch nicht fehlen darf der Besuch in einem urigen Pub. Fast immer mit Livemusik und zu sehen gibt es dort auch immer etwas. Musik Musik Das Tageslicht schwindet langsam und dadurch bekommt O-Bahn einen ganz besonders reizenden Glanz. Musik Ja, und wer kennt sie nicht? Die Filme über Harry Potter. Natürlich darf ein Besuch der Drehstätten nicht fehlen. Musik Jetzt geht es zurück in ein schlossähnliches Hotel. Das haben wir über das Internet gebucht, aber dort auf den Bildern konnte man den Zustand nicht genau erkennen. Also zum Zustand kam ein ständig erbärmlicher Geruch von Motor und Schimmel. Unfreundliches Personal in der Gaststätte, aber ich denke, da muss man wohl durch. Musik Musik Heute starten wir bei leichten Nieselräder. Musik Später hört der Regen auf und es ist nur noch kalt. Aber an den Falls of Dohaat sind auch mal die ersten Aufnahmen mit der Drohne möglich. Musik 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 Wir fahren weiter am Loch Tay vorbei und genießen die Natur. Musik 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 Wir haben uns wetterbedingt entschlossen, die Seite in Schottland zu wechseln und fahren Richtung Dandy. Hier streifen wir per Zufall die Distillerie von Eberfeldi und nehmen spontan an einer Führung teil. Der Whisky wird durch Destillation der Getreidemaische gewonnen und reift in Fässern bis er zum Verkauf gelangt. Musik Musik Die Brennerei wurde 1896 gegründet und produziert ca 2,5 Millionen Liter Whisky pro Jahr. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Unser Zeitplan lässt eine weitere Erkundung der Insel Sky nicht zu, sodass wir jetzt die Rückreise auf das Festland antreten müssen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das Wetter bleibt jetzt beständig schön. Dies nutzen wir und fahren über die Highlands. Ich denke, das sind die Momente, warum sehr viele Besucher Schottland sehen und erleben wollen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier spreche ich meine Empfehlung aus. Die Reise sollte mindestens zwei Wochen dauern. Bei uns kamen vier Tage reine An- und Abfahrt in Abzug, sodass wir netto nur sechs Tage auf der Insel zur Verfügung hatten. Aber dafür haben wir trotzdem sehr viel gesehen, um vom Land einen ersten Eindruck zu bekommen. Einen soll auch bis zum diastääcker. Ich kann mich sehr, falls wir nichts davon sehen. 스� peacefully, bis zum nächsten Mal. Peter, ich weiß es bereits zwei Wochenació 17 paired. Ich kann mich sehr, falls sie zuhause und �mens skirtieren. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Und weiter geht es. Unser Ziel ist Gretna Green und auf der Strecke befindet sich ein weiteres Highlight. Melrose Abbey. Ein zerfallendes Kloster, aber sehr sehenswert. Eindrücke, welche mit der Drohne erst recht zur Geltung kommen. Zuvor kommen wir aber per Zufall an einer weiteren Ruine vorbei und besichtigen, zumindest von oben, die übrig gebliebenen Steine. Musik 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 Heute steht die letzte Etappe auf der Insel an. Wir fahren zum Hafen nach Hall und dann geht auch die Einschiffung unspektakulär über die Bühne. Alles geht gut und verläuft unkompliziert. Wäre die lange Anreise nicht nach Schottland, wir wären öfters hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020